So Leute, ihr merkt ja, der Support hört nicht auf. Diesmal ist es Logsly234, ist aber in Anführungszeichen, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Luca quasi nur der V-Bucks-Account, wie er ihn nennt. Aber auf jeden Fall, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank. Ich sage ja, ich mache doch eigentlich gar nichts. Ich spiele ein bisschen Fortnite, bin eigentlich voll schlecht und trotzdem so viel Support, wirklich. Vielen, vielen Dank. Erst heute Mittag, heute Morgen war der Moritz dran mit seinem Geschenk. Wie gesagt, ich kann immer nur Danke, Danke, Danke sagen. Und ich muss sagen, ich kann uns eigentlich nur selbst loben, wenn man unsere Chats so anguckt, wenn ich die vergleiche mit anderen Fortnite-Streams, ich würde sagen, wir haben einen ordentlichen Chat. Und das noch auf YouTube. Wirklich, eine Katastrophe bei den anderen. So, ich würde sagen, wir quatschen mal nicht so viel. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich bin einfach mal gespannt. In 3, 2, 1. Nein. Lol. Luca, bist du bescheuert? Ah ja. Okay, jetzt bin ich raus. Äh, ja. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Außer, dass du bescheuert bist. Also, wir haben dann mal gerade, auf einen Schlag, 1, 2, 3 Skins geschenkt bekommen. Dann, ähm, ja, nicht, äh, drei Rückenastus war es. Drei Pickaxe. Also, ohne Quatsch, vielen, vielen Dank, Luca. Also, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich habe insgeheim jetzt mit dem Walking Deadskin gerechnet. Aber damit hat, damit hast du mich wirklich überrascht. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Ich packe dem Luca seinen Account unten rein, aber die meisten werden ihn eh kennen. Ihr wisst ja, gern ein bisschen Support da lassen. Natürlich auch für das Video. Und, jo, was soll ich denn dazu sagen? Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Gruß geht raus. Haut rein. Gut, 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 gut.